Stellen Sie sich vor, Sie wollen beginnen, Sport zu treiben. Häufig sagt der Arzt dann sicherlich, fangen Sie mal an mit Ausdauertraining. Nun wissen Sie, dass der Start immer sehr schwierig ist. Es ist anstrengend, es tut weh, es ist viel zu belastend. Das Antischwerkraftlaufband Alter G ermöglicht eine Gewichtsentlastung bis zu 80%. Das Laufband war ursprünglich dafür gedacht, Astronauten zu trainieren. Das ist für Sie sehr, sehr einfach, den inneren Schweinehund zu überwinden und das mal auszuprobieren, wie es sich anfühlt, auf dem Mond zu laufen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017